Wenn sowas Gewöhnliches euch keinen Spaß mehr bringt, bleibt euch nur noch verstecken zu spielen. Also los geht's! Haha, du suchst! Das war unfair, du hast es gesehen. Eins, zwei... Denk nach, Alex, denk nach! Oh, ich weiß es! Sie wird mich hier nicht finden! Ich will gewinnen! Ein Panikraum? Ja, ich nehme an, das ist eine gute Idee! 25, 26, ich komme! Ich fang an! Oh, naja! Hallo! Oh, naja! Ich dachte, du wärst mit der Couch verschmolzen! Lass uns gemeinsam Franks suchen! Lass uns da lang! Schau, er muss da drin sein! Frank? Hm, niemand hier! Lass uns weitersuchen! Du bist so mutig, nicht wahr? Das ist nicht lustig! Komm! Hey, Leute! Wollen wir spielen? Die Münze entscheidet, wer sich versteckt! Oh, ich will mich verstecken! Ich hab ne tolle Idee! Such dir was aus! Hm, rechts! Gut, geh dich schon mal verstecken! Eins, zwei... Bereit oder nicht? Ich komme! Verstecken im Luna Park kann sehr gefährlich sein, aber es sieht so aus, als wäre Alice entschlossen! Sie kann nicht weit sein! Ich weiß, wo Frank mich nicht findet! In der virtuellen Realität! Los geht's! Warte, Alice! Ich muss ihr folgen! Wow! Das ist ne echte Raumstation! Wahnsinn! Oh nein, Frank ist da! Haha! Hab dich gefunden! Guck doch mal, wo wir sind! Aber wie kommen wir hier raus? Sieht aus, als wäre es ne Falle! Wow! Toll! Ich hab viel Zeit, mich zu verstecken! Ja, dieses Mal wird mein Plan sicher funktionieren! Oh! Mein Lieblingsspiel! Cool! Das werde ich brauchen! Ich sollte weiter nach James suchen! Wow! Das ist eine riesige Schachtel! Das ist sogar noch besser! Autsch! Alice, was machst du? Ich brauche noch meinen Kopf! Sorry! Das wusste ich nicht! Armer James! Sein schlauer Trick hat nicht funktioniert! Du bist dran! Hey, Mister! Zieh eine Karte! Nein, versteck mich! Ich kann nicht helfen! Hm, wie wär's damit? Das hättest du gleich sagen sollen! Ich werd dir gerne helfen! Komm in meinen Hut! Meinst du's ernst? Klar! Okay! Wow! Das ist wahr! Du bist ein Magier! Bleib ruhig! Niemand wird dich hier finden! Okay! Wer hätte gedacht, dass ein gewöhnlicher Magier mit richtiger Zauberei dabei sein kann! Und jetzt hat James alle Chancen zu gewinnen! Oh! Ein Magier! Zeig mir einen Trick! Wahnsinn! Sag mal, ist ein Typ mit Brille hier langgekommen? Beruhige dich! Er ist in diese Richtung gerannt! Danke! Haha! Sie ist so naiv! Es ist Zeit für dich rauszukommen! Deine Freundin schöpft kein Verdacht! Spielt ihr auch gerne Verstecken? Dann teilt eure Geschichten unten in die Kommentare! Danke für die Hilfe! Besonders für die Kostenlose! Bleib stehen! Ich bin ein echter Profi im Versteckenspielen! Hey! Das ist nicht fair! Na gut! Eins! Nur ein Genie hätte sich so einen brillanten Plan ausdenken können! Wow! Hihihi! Hm! Wo könnte er sein? Hier war ich noch nicht! Er wird mich hier niemals finden! Wow! James ist wirklich gut vorbereitet! Er hat sogar eine besondere Verkleidung! Ich glaube, er hat sich irgendwo versteckt! James? Ich bin mir sicher, dass er hier ist! Hm! Ist das das Pferd, das ich suche? Hab dich! Nimm die Maske ab! Du bist entloved! Hahaha! Alice ist schon auf der Suche! Ich muss so schnell wie möglich weg! Oh! Guter Platz! Hm! Vielleicht nicht so gut! Was soll ich tun? Ich hab ne Idee! Ich bin ein Genie! Je höher, desto besser! Ich kann sehen! Frank muss irgendwo in der Nähe sein! Nein! Ich kann ihn nicht sehen! Frank? Wo ist er? Tja, sieht so aus, als hätte ich mich verlaufen! Dann warte ich hier! Oh! Was ist das? Ha! Glück gehabt! Hab dich! Hey, ich krieg keine Luft! Ähm! Aber es hätte fast geklappt! Hey! Schaut euch das lustige Video an! Toll! Die Ablenkung hat funktioniert! Jetzt ist Zeit für Action! Spionagewanzen werden mir helfen! Jeden zu finden! Hier für Julia! Erledigt! Freunde, ich hab ne Idee! Lasst uns verstecken spielen! Du bist! Okay! Eins, zwei, drei, fünf, 25! Dann wollen wir mal sehen! Wo hat sie sich versteckt? Alles klar! Sie hätte einen besseren Ort finden können! Frank, Julia, kommt raus! Ich hab euch! Wie hast du uns so schnell gefunden? Ich bin ein Profi! Entscheide, wer jetzt dran ist! Frank! Schere, Stein, Papier! Juhu! Ich verstecke mich! Gut, geh! Eins, zwei, drei, aha! Sie kann nicht weit sein! Wer ist dieses kluge Mädchen? Ich bin ein kluges Mädchen! Mein Plan ist brillant! Ist James da? Nein! Wow! Mit dieser Verkleidung kann sich Alice für immer verstecken! La la la! Oh nein! Oh, Entschuldigung! Hast du ein Mädchen gesehen? Wir spielen Verstecken und ich kann sie einfach nicht finden! Hilf mir! Äh, in diese Richtung! Was für ein seltsamer Schnurrbart! Ähm, danke! Boah, das war knapp, aber mein Plan hat funktioniert! Nun, wo kann ich mich verstecken? Die besten Plätze sind besetzt! Ja! Eine Raupe genügt! Ups! Nein, ich glaub doch nicht! Unter dem Tisch? Autsch! Nein, das kommt auch nicht in Frage! Vielleicht sollte ich einfach so tun, als wäre ich ein Teppich! Oh, ja! Warte, ich weiß es! Ich kann mich drunter verstecken! Das sollte klappen! Ich war noch nicht hier! Julia ist irgendwo in der Nähe! Ich kann es spüren! Oh, die Raupe! Hm, leer! Ich such weiter! Wo könnte sie sein? Ich hab sie! Hey, Julia! Komm raus! Netter Versuch! Jetzt bist du dran! Der Vergnügungspark ist ein toller Ort, um Verstecken zu spielen! Das ist interessant, extrem und super lustig! Ich muss mich besser verstecken, als die anderen! Ich weiß, ich werde einen Turm aus Würfeln bauen! James wird mich hier niemals finden! Haha, fertig! Der letzte Würfel! Jetzt verstecke ich mich hier! Jetzt verstecke ich mich hier! Ich werde dich finden! Niemand hat sich versteckt! Hm, nicht hier! Hier ist er auch nicht! Oh, du kannst mir nichts vormachen! Da ist es! Hier! Hab dich! Hey, du hast meinen Turm ruiniert! Hahaha! Jetzt bist du dran! Hat euch unser Video gefallen? Dann liked es! Abonniert den Kanal! Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Gott, Untertitelung des ZDF, 2020